Jeder Cupra verfügt über eine Coming- und Leaving-Home-Funktion. Neben der Ästhetik bietet die natürlich vor allem praktische Vorteile. Die Coming-Home- und Leaving-Home-Funktionen leuchten das am Fahrzeug nächstgelegene Umfeld aus, wenn bei Dunkelheit ein- oder ausgestiegen wird. Bei eingeschalteter Funktion leuchten vorne das Abblend- und Standlicht und hinten das Rücklicht und die Kennzeichenbeleuchtung. Die Coming-Home- und Leaving-Home-Funktionen werden über einen Licht-Regensensor gesteuert. Im Menü für Fahrzeugeinstellungen des Infotainmentsystems kann die Länge der Nachleuchtzeit eingestellt und die Funktion ein- oder ausgeschaltet werden. Alle Lichteinstellungen lassen sich über das Touchpanel links neben dem Lenkrad steuern. Standardmäßig ist die Automatikfunktion eingestellt, die mit Hilfe des Lichtsensors die Scheinwerfer auf die jeweilige Lichtsituation anpasst. Per sanftem Druck auf Mode lassen sich die verschiedenen Lichteinstellungen selbst wählen. Dazu lassen sich über das Panel die Nebelscheinwerfer vorne und die Nebelschlussleuchte hinten aktivieren und sogar die Lüftung und Klima per Knopfdruck auf maximale Stufe stellen, um so zum Beispiel im Winter schnell die Frontscheibe zu enteisen. Der Fernlichtassistent schaltet automatisch zum Abblendlicht, sobald ein entgegenkommendes Fahrzeug erkannt oder eine Ortschaft durchfahren wird. Er ist einfach zu aktivieren. Nach Betätigen der Zündung einfach den Blinkerhebel nach vorne drücken, bis die Kontrollleuchte am Bildschirm des Kombiinstruments aufleuchtet. Zum Deaktivieren einfach den Hebel zurückziehen oder manuell das Fernlicht betätigen. Du willst mehr Informationen zu deinem Cupra Leon? In den weiteren Videos dieser Serie helfen wir dir, den Leon noch besser kennenzulernen.